Jetzt habe ich mir endlich mal ein Balkongraftwerk gekauft. Ja cool, was hast du denn für uns geholt? Weil du hast so viel Schatten bei dir. Ja, da habe ich lange geschaut. Das ist so HotSpot Freeborn. Das hat dann, jeder Zelle hat das so Bypass Dioden und das soll bei Verschatten optimal sein. Okay, also ich habe ein Halbzellmodul und zwar ich weiß, das ist das beste Modul bei Schatten. Und ich glaube nicht, dass deines besser ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist alles eine Werbung wahrscheinlich. Nein, das glaube ich schon. Weil das hat sich so gut gelesen, das muss besser sein, wie deines. Ja, lesen kann jeder was und das muss ja nicht besser sein. Sollen wir es testen? Das testen wir, dann bin ich auf alle wieder dabei. Ja, auf geht's. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Finanzen im Griff. Ich bin Marek. In diesem Video geht es um zwei PV-Module, die ich vergleiche. Denn ein PV-Modul verspricht, dass es besonders gut bei Verschattung ist, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Für manche andere vielleicht auch und deswegen teste ich das. Ich habe das Modul, was besonders gut bei Schatten sein soll, am 3.1.2022 bestellt. Es ist allerdings erst am, glaube ich, Mitte Januar 2023 gekommen, also ein Jahr später. Weil es einfach noch nie Verschwierigkeiten gab. Allerdings ist der Wechselrichter schon im Mai 2022 gekommen. Deswegen habe ich mir ein Modul gekauft, was in der Nähe ist. Habe es einfach abgeholt. Das ist an sich neu. Nur habe ich keine Garantie drauf, gar nichts. Aber es ist an sich nagelneu. Und habe dann da erstmal ein paar Positionen getestet. Es ist so bei mir im Balkon, dass ich von den Eigentümern aus kein Balkonkraftwerk direkt am Geländer montieren darf. Deswegen muss ich es im Balkon haben und habe da in diesem Video schon einige Positionen vorgestellt. Und auch meinen Ertrag, was ich so bekommen habe. Und ja, das ist halt erstmal das, was ich gemacht habe. Und deswegen hatte ich jetzt das Modul gehabt. Und dann kam ja im Januar dann eben das richtige Modul. Und dann konnte ich es eben vergleichen. Dieses Video hier verlinke ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung. Kannst dir mal anschauen, was ich so probiert habe. Jetzt kommen wir zum Werbeversprechen von AE Solar. Sie haben das Modul Hotspot Free genannt. Soll besonders gut bei Verstattung sein. Sie haben hier einen Testaufbau gemacht. Haben einen Verbraucher angeschlossen an die Solarplatte. Allerdings weiß man nicht, wie viel Watt erzeugt wird. Und das finde ich kritisch, weil man wissen muss, wie viel Watt denn genau erzeugt wird. Außerdem weiß man gar nicht, was für ein Modul das genau ist. Also welche Marke, welches Modell, was ist es für eins. Das sieht man hier auch nicht. Und jetzt schauen wir mal ein paar Bilder an. Und zwar schließen sie einfach den Verbraucher an. Dann laufen beide ziemlich gut. Und dann werden nach und nach ein bisschen abgedeckt. Also richtig abgedeckt, nicht verschattet, sondern wirklich komplett abgedeckt. Weil Verstattung heißt für mich eigentlich nur, dass der Schatten drauf kommt. Jetzt sieht man schon, dass hier der Brunnen viel schwächer ist als beim Hotspot Free. Also das ist ein großer Unterschied. Auf jeden Fall ist das Hotspot Free wesentlich besser. Aber jetzt ist die Frage, wie viel Watt ist es? Wenn jetzt die Pumpe hier nur 15 Watt braucht und jetzt hat sie hier 5 Watt und hier 15, dann sind das halt 10 Watt Unterschied. Das ist ja halt gar nichts. Und das finde ich ein bisschen kritisch. Und kannst dir gerne das ganze Video anschauen, wenn du willst. Ich verlinke es dir unten in der Videobeschreibung. Und jetzt habe ich noch was gefunden und zwar vom Fraunhofer Institut. Da haben sie nochmal aufgezeigt, wie es genau funktioniert und einen Test gemacht. Man sieht, dass jede einzelne Zelle hat eine Bypass Diode, damit der Strom trotzdem fließt, auch wenn diese Zelle abgedeckt wird. Und jetzt schauen wir weiter unten, dann sieht man hier, wenn jetzt nur eine Zelle abgedeckt wird, dann funktioniert diese eine nicht. Und bei einem Standardmodul funktioniert halt die ganze Leiste nicht. Also es ist schon ein großer Unterschied. Deswegen haben die hier einige Sachen herausgefunden, dass das Hotspot viel wesentlich besser funktioniert und einen zusätzlichen Ertrag erzeugt. Und hier sieht man auch nochmal ein paar Beispiele. Wenn man hier nämlich zwei abdeckt, dann läuft es halt noch wirklich gut weiter und beim Standardmodul eben nicht mehr. Also es ist ein großer Effizienzunterschied, was man natürlich nach diesem Video so unterschreiben kann. Allerdings gibt es ja auch neuere Module. Und ich habe ja jetzt ein Modul gehabt, was jetzt kein normales Modul ist, sondern das ist ein Halbzellenmodul. Und damit habe ich es halt verglichen. Und deswegen stelle ich dir jetzt auch die Testgeräte vor. Fangen wir erstmal an mit dem Mikrowechselrichter. Ich habe den von Bosswerker hergenommen, den MI300. Ich habe bei beiden Modulen den gleichen Wechselrichter hergenommen, da ich die Module nacheinander getestet habe. Und damit du auch alle Daten hast, habe ich hier eben das Datenblatt und kannst dir jetzt hier die Daten genauer anschauen. Was für mich besonders wichtig ist, deswegen will ich ganz transparent sein und einfach alle Daten rausgeben. So jetzt stelle ich dir noch die zwei Module vor. Einmal auf der linken Seite das Hotspot Free und auf der rechten Seite ist ein Modul von Ryzen. Wie gesagt, ich habe das eine gekauft, deswegen kann ich nur diese zwei vergleichen. Ist vielleicht ein bisschen unfair, weil man hier ein Halbzellenmodul hat und hier hat man ganze Zellen. Das heißt, dass der wahrscheinlich effizienter sein sollte generell. Allerdings hat man ja hier eine bessere Eigenschaft bei Verschattung. Und jetzt werden wir dann sehen, ob das wirklich dann so ist. Jetzt schauen wir uns erstmal die ganzen Details an von den beiden Modulen. Bei dem bin ich in der Mitte. Das heißt, ich habe dieses Modul hier mit den 340 Watt Peak. Genau, das sind die hier. Und bei dem AE Solar sind wir hier beim letzten. Da haben wir 335 Watt. Da habe ich das höchste genommen sozusagen. Genau, diese Daten kannst du natürlich vergleichen. Kannst dir genauer anschauen, dass du einfach wirklich auch alle Daten wie gesagt hast. Jetzt kommen wir endlich zu unserem Versuchsaufbau. Wir haben beide Module an die gleiche Stelle gestellt. Vermutlich auch mit dem gleichen Winkel. Während das Hotspot Free um 13.20 Uhr getestet worden ist, war das Ryzen Modell im Schuppen, wo es schön schattig und kühl war. Bis es dann um 14.30 Uhr getestet worden ist. Der Wechselrichter lag immer hinter dem Modul auf dem Boden. Den Schuko Stecker haben wir zuerst in ein Strommessgerät eingesteckt und dann in eine Kabeltrommel. Bei diesem Test haben wir auf die prozentuale Veränderung geschaut. Das heißt, dass wir immer wieder auf den Ausgangswert zurückgekommen sind, bevor wir wieder gemessen haben. So, jetzt kommen wir zum ersten Test. Ich habe zuallererst eine Zelle abgedeckt. Beim Ryzen Modell sozusagen 2,5. Hauptsache die Fläche stimmt. Da hat mich das Hotspot Free sehr überrascht. Es hat nur 10 Watt verloren, was 3,8% sind. Bei dem Ryzen Modell habe ich satte 36% Verlust bei so einer kleinen Fläche. Also das ist wahnsinnig der Unterschied. Also da geht ganz klar der Sieg ans Hotspot Free. Jetzt sieht man auch noch kurz, wie lange es dauert, bis das Modul wieder seine volle Leistung hat. Das habe ich jedes Mal mit dabei. Dass man einfach weiß, wie gut das Modul ist, dass es auch schnell reagieren kann bei Veränderungen. Beim zweiten Test habe ich einfach nur eine Zelle beschattet. Da hat das Hotspot Free wieder sehr gut abgeschlossen. Hat nur 4,4% verloren. Das Ryzen Modul hingegen hat sehr stark geschwankt. Deswegen kann man nicht genau sagen, wie hoch der Verlust ist. Allerdings war der höchste Wert, der angezeigt worden ist, immer noch geringer als beim Hotspot Free. Deswegen ist hier ganz klar der Sieger das Hotspot Free Modell. Und jetzt ist es wieder weg. Und jetzt sieht man, wie schnell das Ryzen Modell sich erholt. Also es geht wirklich schnell nach oben im Vergleich zum Hotspot Free. Also ich finde das Ryzen Modell ist schon echt gut. Beim dritten Test habe ich eine ganze Reihe abgedeckt. Und das sieht man schon mal beim Hotspot Free Modell. Auf einmal schwankt es ziemlich stark. Es geht auf 16 Watt runter. Auf 63 Watt. Dann wieder auf 157 Watt. Also da ist die Schwankung wesentlich größer. Und dann habe ich auch gemerkt beim Ryzen Modul, dass ich es nicht schnell abdecken kann. Und deswegen habe ich es oben hergenommen. Das heißt, dass ich das eine unten, das andere oben abgedeckt habe. Macht aber keinen Unterschied. Wir haben ein paar Tests gemacht. Es ist wurscht, ob oben oder unten. Oder links, rechts man abdeckt. Das ist eigentlich immer gleich. Und wir haben die meisten Versuche öfter gemacht. Nicht nur einmal. Und deswegen haben wir da einfach mal das beste Video genommen, was halt am eindeutigsten war. Das sieht man eben beim Hotspot Free Modell. Man weiß jetzt nicht, wie viel es wirklich verloren hat. Habe ich wieder Fragezeichen gemacht. Und beim Ryzen Modul sind es 48%. Da würde ich jetzt keinen Sieger machen, weil das Hotspot Free beim höchsten Wert wesentlich höher war als das Ryzen Modul. Deswegen kann man da jetzt keinen Sieger festlegen, würde ich behaupten. Und wenn die Abdeckung weg ist, dann geht das Ryzen Modul wesentlich schneller nach oben als das Hotspot Free Modell. Also das ist ein großer Unterschied. Das hätte ich selber nicht gedacht. Beim vierten Test habe ich die ganze Reihe verschattet. Da sieht man wieder, dass das Hotspot Free Modell wenig verliert. Aber es schwankt ziemlich stark. Deswegen habe ich das Video auch beschleunigt auf vierfache Geschwindigkeit. Also nur das vom Hotspot Free. Das vom Ryzen Modell ist nicht beschleunigt worden. Und das Ryzen Modell hat einfach konstant 41% verloren. Und deswegen gibt es da auch wieder keinen Sieger, weil der Höchstwert beim Hotspot Free war jetzt wesentlich höher als wie beim Ryzen Modell. Also da kann man jetzt nicht direkt sagen, welches wirklich besser ist. Aber stabiler ist jetzt das Ryzen Modell bisher. Und das Hotspot Free ist wirklich sehr stark am Schwanken. Am Anfang überhaupt nicht, aber inzwischen ist es halt wirklich öfter am Schwanken, was ich schade finde. Wenn die Abdeckung dann weg ist, dann sieht man auch wieder, dass das Ryzen Modell doch sehr schnell nach oben geht. Und auch gleich das Hotspot Free eben überholt. Also ich finde das echt gutes Ryzen Modell. Da war ich selber sehr überrascht. Beim fünften Test habe ich zwei Reihen abgedeckt und war dann sehr enttäuscht vom Hotspot Free Modell. Es ist sehr stark eingebrochen und hat wieder angefangen zu schwanken. Deswegen habe ich das Video auch vom Hotspot Free beschleunigt auf vierfache Geschwindigkeit. Und dass man dann sehen kann, was da passiert ist. Das ging dann langsam nach oben. Also sehr langsam. Man muss sich überlegen, das ist ja vierfache Geschwindigkeit und das ist schon ein krasser Unterschied. Und das Ryzen Modell hat 50% verloren. Ist ja echt viel an sich, aber es ist stabil geblieben. Und deswegen fand ich das eben besser. Aber es gibt ja keinen Sieger, weil Hotspot Free dann doch sehr stark nach oben gegangen ist. Und ja, kann man ja keinen Sieger küren, finde ich. Nach dem Test hat der Basti gemeint, ob wir vielleicht den Testaufbau ein bisschen verändern können. Dass wir praktisch die PV-Module direkt an den Verbraucher anschließen. Kann man natürlich machen. Allerdings ist es halt nicht so praxisnah. Weil so ist es jetzt genauso wie es daheim wäre. Direkt an der Steckdose angeschlossen und dann kommt der Schatten drauf. Also fand ich das persönlich jetzt so praxisnah. Und deswegen finde ich es halt komisch, dass es schwankt. Wenn jemand weiß, woher das kommen könnte, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das würde mich freuen. Ich lerne ja auch dazu. Und das ist ja auch ein Test, den ich zum ersten Mal mache. Also ich bin jetzt kein Experte oder so. Ganz wichtig zu wissen. Ich mache diesen Test, weil es mich interessiert. Weil ich ja den maximalen Ertrag haben will. Weil es ja auch hier um Finanzen geht sozusagen. Und deswegen wäre mir das halt wichtig. Als ich die Abdeckungen entfernt habe, hat man gesehen, dass das Ryzen-Modul ziemlich schnell auf Höchstleistung kommt. Und das Hotspot Free hat sehr lange gebraucht. Man muss überlegen, das ist ja die vierfache Geschwindigkeit. Also er hat viermal so lange gebraucht, wie du jetzt das Video schaust. Also das ist schon richtig krass, wie ich finde. Beim sechsten Test habe ich zwei Reihen verschattet. Beim Ryzen-Modul habe ich es nicht so gut hinbekommen. Deswegen muss ich da ein bisschen nacharbeiten. Habe es dann aber doch geschafft, die Abdeckung gut zu machen. Und da haben wir einen Verlust von 41 Prozent. Stabil geblieben, wie erwartet. Und dafür wieder beim Hotspot Free. Das Problem ist wieder sehr stark am Schwanken gewesen. Ist am Anfang gleich sehr stark eingebrochen. Und dann schwankt es wieder hin und her. Da habe ich das Video wieder beschleunigt auf 1,7-fache Geschwindigkeit. Und da ist es wieder schwer zu sagen, wer hat er jetzt gewonnen. Vom Prinzip habe ich es jetzt eben so beschlossen, dass es Ryzen-Modul gewonnen hat in dem Fall. Weil die Schwankung tiefer war, also viel tiefer war als beim Ryzen-Modul. Das heißt, es ist niemals an diese Wattzahl rangekommen. Vom Prinzip, wenn die Schwankung nicht wäre, eine stabile Wattzahl gehabt hätte, könnte es sein, dass es Hotspot Free besser wäre. Aber der ganze Test war für mich wirklich schwierig, dass die Schwankungen so stark sind. Das hätte ich einfach selber nicht erwartet. Ich meine, klar, es war heiß draußen. Es ist warm gewesen, klar. Aber es ist ja auch so auf dem Balkon warm. Von daher verstehe ich das nicht. Wenn die Abdeckung weg ist, wie gesagt, Ryzen-Modul ist sofort wieder da. Vom Gefühl her. Aber das Hotspot Free braucht wieder ein bisschen länger, bis es die maximale Leistung erreicht hat. Beim siebten Test habe ich insgesamt vier Reihen abgedeckt. Und man sieht auch beim Ryzen-Modul, dass ich in Basti frage, wie viel ich jetzt abdecken muss. Denn er hat von mir ein Arbeitsblatt bekommen, wo ich die ganzen Tests aufgeschrieben habe. Leider habe ich einige Sachen vergessen. Und deswegen ist der Test nicht ganz vollständig, wie ich finde. Also echt schade. Das Hotspot Free Modell hat satte 99% verloren. Also wirklich enttäuschend. Und das Ryzen-Modul hat nur 50% verloren. Also ein gewaltiger Unterschied. Ganz klarer Sieg ist das Ryzen-Modell. Nach dem Abdecken sieht man wieder, dass das Ryzen-Modell sofort nach oben geht. Und das Hotspot Free Modell braucht wieder länger, bis es die maximale Leistung erreicht hat. Den achten Test habe ich verbockt. Wie gesagt, das Arbeitsblatt war einfach schlecht geschrieben. Und dadurch habe ich den Test nur beim Ryzen-Modul gemacht. Ich habe insgesamt fünf Reihen abgedeckt. Und dadurch ist die Leistung um 51% eingebrochen. Also habe ich die Hälfte der Platte abgedeckt und habe die Hälfte der Leistung bekommen. Also ist eigentlich ganz okay, wie ich finde. Und jetzt kommen wir gleich zum neunten Test. Und zwar habe ich dann sechs Reihen abgedeckt. Und da ist echt etwas Überraschendes passiert. Da habe ich es wieder bei beiden gemacht, wie gesagt. Und da habe ich bei beiden einfach alles verloren. Also 100% Verlust. Da geht gar nichts mehr. Ein bisschen enttäuschend, dass wenn man 60% abdeckt, hat man 100% Leistungsverlust. Also das ist enttäuschend gewesen bei beiden Platten. Also hätte ich nicht gedacht. Hätte besser gehen können auf jeden Fall. Beim zehnten Test habe ich seitlich eine Reihe abgedeckt und habe das Video auch beschleunigt, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Und war da sehr enttäuscht, weil beide sehr stark geschwankt sind. Also das fand ich überhaupt nicht gut. Und in dem Fall war das Ryzen Modell sogar noch schlechter, weil es noch mehr geschwankt ist. Deswegen habe ich das Ryzen Modell auch nochmal beschleunigt um eine dreifache Geschwindigkeit. Das heißt, es ist wesentlich schneller beschleunigt worden als das Hotspot Free Modell. Und dann sieht man einfach, die Schwankungen sind einfach extrem stark. Im Großen und Ganzen waren die Schwankungen beim Hotspot Free weniger und besser sozusagen als beim Ryzen Modell. Deswegen hat da jetzt eher das Hotspot Free die Nase vorn. Nach dem Abdecken war es sehr überraschend für mich, dass beide Module ziemlich schnell auf die Höchstleistung gekommen sind. Beim 11. Test habe ich seitlich eine Reihe verschattet. Da waren beide Module ziemlich schlecht. Das Ryzen Modell war besonders schlecht. Es ist extrem stark geschwankt. Und da gibt es wieder keinen Sieger, weil einfach beide ziemlich schlecht waren. Beim Abdecken hat das Ryzen Modell ziemlich lange gebraucht, bis es wieder auf die Maximalleistung gekommen ist. Beim 12. Test habe ich zwei Reihen seitlich abgedeckt und waren beide wieder ganz komisch am Schwanken. War wieder nicht so toll. Und am Ende kam ein Leistungsverlust von 99% raus. Also das ist wirklich schlecht. Beide sind gleich schlecht, könnte man sagen. Der eine schwankt mehr als der andere. Und ja, im Großen und Ganzen waren die einfach nicht toll. Sehr enttäuschend. Auch sehr schade, dass AK diese Position einfach wenig Leistung bringt. Weil das habe ich am Balkon. Deswegen ist das für mich doppelt schlecht, könnte man sagen. Nachdem die Abdeckung weg war, haben beide Module ziemlich gleich schnell die Höchstleistung wieder erreicht. Was echt gut ist. Beim 13. Test habe ich drei Reihen seitlich abgedeckt. Und da war ich sehr enttäuscht vom Hotspot Free. Da haben wir hier 100% Verlust. Also da ging gar nichts mehr. Und beim Ryzen Modell immerhin 99% Verlust. Da kam noch ein bisschen was rüber. Aber wirklich viel kam dann nicht mehr. Dann habe ich beim Ryzen Modul eine Reihe mehr abgedeckt. Und dann hatte ich auch die 100% Verlust. Als die Abdeckung beim Ryzen Modul weg war, hat er längere Zeit 0 Watt angezeigt. Beim 14. Test habe ich zwei Reihen seitlich verschattet. Leider habe ich nur das Ryzen Modul getestet. Wie gesagt, ist meine Schuld wegen dem Arbeitsblatt. Da haben wir einen Verlust von 86%. Finde ich schon ganz viel eigentlich dafür, dass man nur Schatten hat. Beim 15. Test sind zum Glück wieder beide Module am Start. Da habe ich drei Reihen seitlich verschattet. Da hat das Hotspot Free 86% verloren. Und das Ryzen Modul 88%. Also da ist der Sieger ganz klar das Hotspot Free. Auch wenn es ganz knapp ist. Es ist wirklich schade. Aber ich habe jetzt wieder nur das Ryzen Modul getestet. Da habe ich vier Reihen seitlich verschattet. Und habe einen Verlust von 90%. Dann haben wir gleich weiter gemacht. Und haben fünf Reihen seitlich verschattet. Da haben wir einen Verlust von 91%. Zum Glück habe ich bei diesem wichtigen Test beide Module am Start. Wir haben jetzt hier 100% Schatten. Und da haben wir beim Hotspot Free 90% Verlust. Und beim Ryzen Modul 92% Verlust. Da geht der Sieg wieder zum Hotspot Free. Ich habe jetzt noch einen Spezialtest gemacht. Der vermutlich etwas näher am Alltag ist. Indem ich einfach mal quer abgedeckt habe. Wobei ich sagen muss, dass ich die Abdeckung nicht so gut gemacht habe. Das muss ich zugeben. Das habe ich schlecht abgedeckt. Aber im Großen und Ganzen ist so das Ergebnis für diesen Test. Da sieht man, dass der Verlust beim Hotspot Free 99% beträgt. Und der Verlust beim Ryzen nur 73%. Da ist der Sieger ganz klar Ryzen. Dann habe ich das gleiche nochmal gemacht. Allerdings diesmal mit einer Verschattung. Und natürlich wieder ohne Hotspot Free. Also es ärgert mich echt, dass ich da so oft den Hotspot Free dafür nachlässigt habe. Das war echt keine Absicht. Und ich wollte halt möglichst viele Daten bereitstellen. Dass du dir einfach ein eigenes Bild davon machen kannst. Da haben wir jetzt einen Verlust von 80%. Ich habe noch einen Spezialtest mit dem Ryzen Modul gemacht. Weil mir etwas aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das Hotspot Free ist ja durchgängig. Und das Ryzen Modul hat in der Mitte so einen Strich. Und ich schätze, dass die Platten einfach getrennt sind. Dass beispielsweise zwei halbe Platten sozusagen drin sind. Und habe deswegen einfach mal die Hälfte abgedeckt. Und dann getestet, wenn ich ein paar andere Sachen abdecke von der anderen Hälfte. Wie die Leistung einbricht. Und das war sehr interessant. Deswegen habe ich das halt eben gemacht. Und hoffe, dass es für dich auch interessant ist. Dass das Modul eigentlich gut ist, wenn die Hälfte abgedeckt wird. Aber nur in Hochformat und nicht in Querformat. Also wie ich es jetzt aufgebaut habe in dem Versuchsaufbau. Und dann habe ich einfach nur die Mitte abgedeckt. Und du siehst, was passiert ist. Also es ist echt krass, dass so eine kleine Fläche abgedeckt wird. Aber an der falschen Stelle sozusagen. Dann ist die Leistung komplett weg. Also das hat mich sehr, sehr erstaunt. Und zeigt einfach den Nachteil und den Vorteil von so einem Konzept. Boah, das war jetzt wirklich viel Arbeit. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe da einige Stunden verbracht mit dem Schneiden. Und das Drehen selbst hat ungefähr drei Stunden gedauert. Ja, war trotzdem sehr interessant. Und für mich sehr warm. Weil ich immer die Verstattungen gemacht habe. Und dann in der Sonne gestanden bin. Ja, konnte man nichts machen, gell. Und ja, das war wirklich viel Arbeit. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht was spendest. Wenn dieses Video dir weitergeholfen hat. Unten unter dem Video findest du so einen Spenden-Button. Und kannst da gerne ein paar Euro spenden, wenn du willst. Ich habe mir gedacht, ich tue noch ein paar Daten mehr erfassen. Und habe hier noch ein paar Vergleiche für dich. Schauen wir erstmal mit dem Balkonvergleich an. Für mich war es interessant über den Tagesverlauf. Wie da die Erträge ausschauen. Natürlich konnte ich nicht den gleichen Tag hernehmen. Es sind unterschiedliche Tage. Somit ist es ein bisschen verzerrt. Deswegen habe ich mich einfach auf drei Tage fixiert. Und habe da auch nur die stärkeren genommen. Also diejenigen, die schwach waren. Wo vielleicht Regen war. habe ich einfach weggelassen. Damit man einfach einen guten Vergleich hat. Wir fangen an. Mit der linken Seite. Das ist das Hotspot-Free-Modell. Und auf der rechten Seite haben wir das Ryzen-Modell. Man sieht, dass ich eigentlich um 11.55 Uhr messen wollte. Hat leider nicht ganz funktioniert. Weil hier eine Messung erst um 12 Uhr stattgefunden hat. Man hat hier erstmal 12 Watt gehabt. Dann 19 Watt und dann 14 Watt. Also im Schnitt knappe 14 bis 15 Watt. Beim Ryzen-Modell haben wir 15 Watt, 13 Watt und 14 Watt. Also ein bisschen weniger. Man sieht hier, das ist komplett im Schatten. Und so war auch das Modul aufgebaut. Genau wie das Hotspot-Free-Modell. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Das heißt, da haben wir schon mal zwei komplette Zellen beleuchtet. Plus eine halbe. Genau wie hier. Und dann sieht man den Unterschied. Hier haben wir jetzt 14.30 Uhr gehabt. 22 Watt, 21 Watt und 44 Watt. Und hier hatten wir 46 Watt, 39 Watt und 24 Watt. Also ein ganz großer Unterschied. Das ist das Ryzen-Modell wieder wesentlich besser. Dann haben wir hier das nächste. Da haben wir schon mal vier Zellen beleuchtet. Da haben wir 27 Watt, 39 Watt und 44 Watt. Hier haben wir 91 Watt und 141 Watt und 33 Watt. Also wirklich ein gewaltiger Unterschied. Da sieht man auch mal wirklich, dass das Hotspot-Free-Modell gar nicht so gut ist. Dann das letzte war halt der Höchstpunkt, den ich gemessen habe fast überall. Da sieht man 201 Watt, 204 Watt und 213 Watt. Und hier haben wir 213 Watt, 104 Watt und 208 Watt. Also auch kein großer Unterschied. Die 104 Watt werden wahrscheinlich sein, dass es bewölkt war gerade in dem Zeitpunkt. Das könnte natürlich durchaus sein. Und dann hat man hier so einen kleinen Unterschied. Vielleicht war auch der Wechselrichter schuld, dass man einfach auf so eine Messung gekommen ist. Aber vom Prinzip her würden beide so die 200 Watt schaffen um diese Uhrzeit. Ich persönlich finde, dass dieser Test ganz gut zeigt, dass das Hotspot-Free-Modell gar nicht so gut ist, wie dafür geworben wird. Beziehungsweise muss man auch sagen einfach, dass ich hier ein Halbzellen-Modul habe und hier habe ich ein Vollzellen-Modul. Jetzt kommen wir noch zum Tagesverlauf. Habe ich auch noch verglichen. Da habe ich jetzt zwei, drei Tage genommen, dass man einfach mal sieht, wie die Statistik da ausschaut. Wie es eben nach oben geht, nach unten geht. Man sieht ab und zu so ein paar Schwenker nach unten. Ich weiß nicht, woran es liegt, an der Temperatur oder sonstigem. Also kann gerne jemand mir in die Kommentare schreiben unten, wenn er das weiß, woran es genau liegen könnte. Dass da ab und zu einfach so ein Knick nach unten ist und dann geht es wieder nach oben. Ja, also da kann man sagen, dass man nicht viel Unterschied merkt. Ich finde, dass das Hotspot-Free-Modell ein bisschen mehr schwankt. Also man sieht eher zackige Verläufe. Im Vergleich dazu ist das Ryzen-Modell eher ein bisschen konstanter. Wenn man es näher dran zoomt, sieht man hier nochmal genauer den Tagesverlauf. Am Anfang wäre natürlich wichtig, dass da mehr da kommt. Aber man hat ja in den Fotos gesehen, dass erst so gegen 15.40 Uhr ungefähr so richtig die Sonne drauf scheint. Und dann kommt der hohe Ertrag erst zustande. Das war vielleicht auch ein schlechter Tag, weil da hat man hier nur maximal 155 oder 160 Watt gehabt. Und genau, also so im Großen und Ganzen ist jetzt der Verlauf bei dem hier am allerbesten. Und der Rest ist halt eher so, ja, nicht so kontinuierlich. Und dann vom Ryzen-Modell ist, wie gesagt, auch hier zwei Tage nicht ganz so gut. Und das einen Tag ist wieder richtig gut gelaufen. Also ich hätte persönlich einfach mehr erwartet vom Hotspot-Free-Modell und vom Ryzen eigentlich eher weniger, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also ich nenne es einfach mal Ryzen. Genau. Also das ist wirklich für mich kein Unterschied, beziehungsweise finde ich das Ryzen-Modell besser. Und dabei ist es irgendein No-Name, also für mich persönlich No-Name-Marke, weil ich kenne die Marken jetzt nicht so wirklich und fand jetzt das Modul schon ganz gut. Jetzt habe ich noch einen letzten Test gemacht und zwar ist mir aufgefallen, dass bei der Position, die längs ist, also nicht quer, man hat es davor gesehen, ich hatte es hier quer gehabt. Jetzt habe ich es mal längs genommen, weil ich gedacht habe, dass dieses Ryzen-Modul einfach besser funktioniert in der Länge. Und dann habe ich hier ein paar Erträge aufgeschrieben, man sieht, hier sind wieder einige Zellen voller Sonne, die anderen sind mit Schatten, damals 31 Watt erzeugt. Ist im Schnitt auch wirklich so geblieben ungefähr. Dann haben wir fast die Hälfte beschieden gehabt, da waren es 94 Watt und wie es über der Hälfte war, haben wir die 124 Watt gehabt. Also eigentlich so viel wie beim Test, also wirklich gut, wie ich finde. Allerdings wäre praktisch das im Querformat, also praktisch ab dem Moment, wo hier überall Sonne hinkommt, bei dem hier, das wäre praktisch an dem Punkt erreicht worden, wenn die Sonne hier schon scheint. Das heißt, da hat man schon den vollen Ertrag und das hat man hier dann nicht. Genau, man sieht es ja hier, hier ist ab 115 gefallen, ich weiß nicht, was da genau der Grund dafür ist. Dann habe ich 107, also auch noch ein bisschen weniger. Und hier waren es dann 97, dann 109 und hier war es ganz plötzlich, dass die Sonne komplett drauf war, da hatte ich nur 156 und 116. Also für diese Position, was ich jetzt da am Balkon haben darf, ist ganz klar die Position, wo es quer ist, am allerbesten und nicht die Längsposition. Die könnte ich eh nicht machen, hätte mir aber vielleicht zwei kleinere Module geholt und dafür hätte ich die zwei, die ich jetzt habe, verkauft. Da es aber keinen Vorteil für mich bringt, bleibe ich auf jeden Fall bei dieser Position und hole mir ein großes Modul. Und ich bin auch so verrückt, dass ich mir jetzt noch ein Modul hole, weil es mich interessiert, ob das wenigstens besser ist. Es ist ein bifaziales Modul, das heißt, dass man hinten auch Strom erzeugen kann, also vorne und hinten ist für einen Sound ganz sinnvoll. Und ja, für mich vielleicht auch, weil ich unten ja auch eine freie Fläche habe, der Boden weiß ist. Könnte sein, dass die Sonne reflektiert und ich dadurch einfach mehr Ertrag habe und habe das Ding auch schon bestellt. Kommt nächste Woche wahrscheinlich und dann wird da nochmal ein Test gemacht und eventuell auch noch ein Video dazu. Um deine Stromkosten noch weiter zu reduzieren, empfehle ich dir ganz klar diese Playlist. Für mehr Geld und mehr Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser. Das war jetzt interessant. Ja, das hätte nicht geklappt. Ich auch nicht, also das Hot-Sport-Free-Modell war schon gar nicht so schlecht, zumindest wenn man nur eine Zelle abdeckt. Ansonsten hat es ziemlich stark geschwankt. Ich habe keine Ahnung warum, aber da war das Halbzell-Modul doch besser. Also das würde ich dir auch eher empfehlen bei Verschattung anstatt Hot-Sport-Free zu nehmen. Nein, ich bin auch enttäuscht. Also in der Beschreibung hat sich das so super gelesen. Ja, meistens so. Genau, aber da wäre jetzt auf alle Fälle nochmal schauen, da muss es mir was besseres geben. Ja, ich glaube auch, deswegen habe ich mir auch ein neues bestellt und schau mal, vielleicht ist es ja besser. So, schauen wir mal. Ja. Ja.